Start! Wir haben hier so einen komischen Typ mitgebracht. Der heißt Kevin. Ich wollte mit dem eine Dickmann-Challenge machen, wer am meisten Dickmänner ist. Und ich habe mich drauf eingelassen. Alter, jetzt nicht! Ihr wisst! Alter, das war... Ja, das war so arg! Mann, dann sind wir so arg! Mann, die ist wieder Ekelhaft! Mann, die sind wieder Ekelhaft! Mann, die sind schon eingeliebt! Mann, die sind wirklich Ekelhaft! Mann, ich habe jetzt nicht so einer! Mann, Mann! Wie man sieht, darfst sterben man nicht. Boah, sind die eklig. Ja, die sind übelst eklig. Aber du musstest ja unbedingt deine fetten Männer mitnehmen. Hier Leute, noch einen reinstecken. Bei dem Kevin Pascal ist schon der zweite. Gehen Sie mal nicht durchs Bild. Ihr müsst sagen, dass ihr voll super am Haus. Ja, hier ist der Supermarkt, Leute. Ja, schön, ne? Schön, da haben wir jetzt gleich Obst und so weiter. Komm, so. Na Leute, habt ihr noch irgendwas Süßes, ne? Maxine, du musst das jetzt alles aufessen. Ich meine nicht Maxine. Wie heißt sie? Mila. Miriam. Maxine ist eine andere. Ich hab dich erwischt, nur mal so. Das ist ekelhaft, Leute. Also noch ekelhaft. Genau. Alter. Wie schafft ihr das bloß? Ich hab noch nicht mal einen runtergekriegt. Ja, klar. Guck mal, ein Stück schlägt immer da. Was habt ihr jetzt schon wieder für Probleme? Jetzt isst doch mal. Zwei. Was? Das ist ein widerlich. Du, wie viel schaffst du, Kevin? Irgendwas? Er hat schon zwei. Das ist der Trotter. Okay. Hey. Ja, Kevin kriegt dann den Rest. Das ist doch schlimm. Kevin kriegt dann den Rest. Und den Rest. So, ich will noch was essen. Ich filme. Ich hab die Dinger nicht mehr. Ich hab's umsonst den Trick und gegessen. Ah, nein. Ich sagte mir gerade spontan, die Verlierer, Kevin, dass ich jetzt für uns beide eine Strafe auszumachen. Alter, weißt du, wie hart er die Strafe macht? Ja, denkst du, wie scheppert es ist? Nur ein Ding von Essen! Ah, Quatsch! Ernsthaft! Sollen wir mal sehen und zählen, was hier noch gehört? Oh Gott, sind nur noch vier da. Jeder isst einen noch. Nee, nein. Du bist doch noch da. Im Ernst? Du, Chantal, ernsthaft. Ja, ich hab Chantal, wie man weiß. Na? Ja? Oh, wir haben ja noch. Alter! Nein! Nein! Da haben wir einen kleinen Gewinner, einen kleinen Gewinner. Aber dazu gibt's jetzt noch Abfüllungen. Alter! Nein! Ich muss hier eine Strafe aussuchen. Kevin sucht jetzt eine Strafe für uns da öffnen. Und die müssen wir uns da öffnen. Also die müssen wir dann machen. Strafe, bitte! Kevin, beeilen Sie sich. Das ist das für uns. Du bist eine Strafe. Hallo! Kevin! Mein Gott! So wollen Sie mal essen. Oh ja! Das ist gerade mal schau. Und wenn mich jeder ein Dickmann... Hallo! Was ich mach's? Alter, ich hab wenigstens den ganzen, denn ich jetzt weggefallen. Oh Gott! Leute, das wird jetzt geil. Das ist eine Karne, Alter. Zuerst Maxine! Ich mach das auf meine Haare! Ich mach das auf meine Haare! Oh Gott, du machst auf deine Haare! Ich hab heute früh meine Haare gewaschen! Ich hab gestern meine Haare gewaschen! Ich hab heute meine Haare gewaschen! Du hast es gemacht! Schmeiß rein, los! Du musst immer einen neuen nehmen! Der hat gerade eben erst das geschafft! Man müsste ihn jetzt fahren! Müsst ihr jetzt fahren! Er muss noch nicht fahren! Max, seht ihr das? Oh ja! Schmeiß! 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 Schmeiß!